Hallo, ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Vlog von uns. Wir haben jetzt schon fast drei Wochen nicht mehr gevloggt, deswegen lasst auf jeden Fall zehn Däumtchen nach oben da. Auf jeden Fall einen Kommentar. Es gibt in diesem Vlog ein Gewinnspiel, also wie gesagt, viel Liebe, weil wir haben für die letzten zwei Monate kein Geld verdient und umso wichtiger ist euer Support jetzt. Wie ihr hören könnt, Zwillinge hier am Spielen, unter dem Spielebogen, richtig cute, richtig süße Mäuselis. Was geht? Wir sind auf dem Weg zur U? Vier. Vier? Wir hatten eine nicht so gute Nacht. Doch, hatten wir. Ja, aber vom Schlaf her war die nicht so gut. Doch, für mich schon. Für mich nicht, aber ich habe noch drei Stunden geschlafen. Ich habe immer wieder bei ihr im Bett geschlafen und sie ist ja schon vor allem diese Geräusche der Zwillinge gewöhnt. Das war für mich so schrecklich. Ich habe nichts gehört. Die haben so komische Geräusche. Die anfangen so ein ganzes Gehen auch und ich... Und so, ne? Ja, und dann wird es immer... Ich mache es sie, also. Und dann irgendwann geht es und so... Ja, nochmal. Wir haben beiden noch nichts gegessen, weil ihr seht, das ist nicht unser Auto, sondern das ist ein Leihauto. Wir haben heute schon einiges gemacht. Mir ist so schlecht, als wäre ich schwanger, so. Also genau so. Ich habe heute ohne Grund. Wieso sagst du das jetzt? Ach so, stund. Lasst einen Daumen gerne nach oben, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt. Wir hoffen, dass auf diesem Video schon wieder Werbung drauf ist. Und auf keinen Fall skippen, weil wir haben fast zwei Monate kein Geld mit YouTube verdient. Hast du unser Kinderarzt umgezogen? Wir sind mal wieder ein bisschen zu spät. Wir haben über neun Minuten Zeit gut gemacht. Deswegen ist es dir wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht. Ja. Der ist umgezogen, unser Kinderarzt. Und jetzt brauchen wir ja 50 Minuten, haben wir, oder 48 Minuten. Wir sind jetzt für länger da hinten. Ich esse richtig eng. Und die sind hinten schon auf Anschlag, ne? Also weiter hinten kannst du nicht. Oder... Alter, wie fährt er denn, der Opa? Wow, was für ein Luxus. Zum Glück habe ich noch richtig Autofahren gelernt damals. Stress pur. War schon ein bisschen anstrengend heute, weil wir das Auto umparken mussten. Aber war alles soweit gut. Gewicht ist 6 Kilo bei Newe und 5,8 bei Lewin. Das sind nur 200 Gramm, aber es fühlt sich an wie ein halbes Kilo. Nein, die haben 350 Gramm Unterschied. Wer wiegt 5.650 und andere wiegt 6. Ah, okay. Ja, okay, das ist schon wieder ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, genau. Aber die sind ein bisschen zu kurz für deren Alter. Aber dadurch, dass es Frühchen sind, ist es in Ordnung. Also im Vergleich zu normalen. Jungs. Ja, weil wir haben bei Alia und Mara im Heft geguckt. Die waren ungefähr gleitgrößer, aber sind Mädchen. Und die Jungs sind ja immer im Dusch ein bisschen größer. Wir haben einfach 2 Wochen nicht gewloggt und man verlernt das so schnell. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nochmal zu Carbs, weil wir nach einer neuen Couch schauen wollen. Warte mal, was... Wer wäre schlecht? Mein Name ist Aurel. Und meine nicht-schwangere Freundin braucht ein neues Sofa. Heute war nicht schwanger, ne? War nicht schwanger heute. Wird mal wieder Zeit, ne? Auf gar keinen Fall. Hast du dein Handy mit Schatz? Ja. Das Auto haben wir übrigens. Wir wollen nämlich genau dieses Sofa. Aber guck mal, jetzt sieht man hier, dass die... Oh, wie hässlich. Ja. Ja. Es sah im Katalog so geil aus, ne? Ja. Man kann es ja auch mit anderen Stoff kaufen. Ja, oh, das ist so ein Blender. Ich kann immer noch mit einem Auto. Das ist nicht das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Schatz, das müssen wir haben. Was? Das müssen wir haben. Das ist doch das Gleiche. Aber da vorne sollte man sich dann, glaube ich, nicht draufsetzen, oder? Wenn das so komplett ausgefahren ist, oder? Ist das komplett ausgefahren? Ja, mehr geht nicht. Setz dich mal drauf. Ja, hier kann man chillen. Das ist größer als unseres. Und dann sieht es hier wieder kleiner aus, als hier im Riesenraum stehen, ne? Die Stühle sind schön. Das ist hier so schmal bei uns. Haben wir aber auch extra gemacht, ne? Das weißt du. Echt? Das ist ja ein Kompromiss daraus. Es ist schmal, wenn man es nicht ausfährt, aber man kann es ausfahren. Ja, eben. Aber dann müssen wir immer unseren Couchtisch weg tun. Unser Couchtisch ist halt zu groß. Wir müssen so einen Couchtisch in der Größe. Der kostet 500 Euro. Wo kostet der 500 Euro? Ist das? Nein. Das ist ja lächerlich. Das kann ich selber zusammenbauen. Die Digger, das ist nur von mit Augen. Wiggel, wiggel, wiggel. Das ist krank. Man kann auch was mit dem Preis machen, ne? Wir können ja auch sagen 800 Euro. Ne. Was ist passiert? Doch keine Couch. Warum? Gefällt mir nicht. Also die sah auf dem Bild so, so schön. Also traumhaft schön. Aber als wir sie gesehen haben, sah sie aus wie eine 50 Euro Couch von Ewelker Anzeige. Genau so war das, als ich dein Insta-Proviel gesehen habe und dich dann in echt getroffen habe. Wow. Auf jeden Fall wollen wir jetzt unsere Ernährung ein bisschen umstellen. Hast du schon mal das Handy mitgenommen? Heute nicht, aber da habe ich noch gerne Zeit. Aha. Auf jeden Fall. Deswegen gehen wir jetzt, wir wollen hier... Currywurst. Was? Currywurst. Oh, hier ist Kutscherschube-Imbiss. Oh mein Gott, ist das... Was? Ja, das hat sie gebrochen. Ja, die haben da fast die Schmerz drin. Oh, das sieht echt gut. Wir stellen nämlich unsere Ernährung auf Currywurst um, haben wir gesagt. Wir wollen einfach nächstes Jahr vielleicht umziehen, wenn alles klappt. Also wenn wir was gefunden haben, ne? Wir haben jetzt auch gesagt, wir lassen uns da gar nicht stressen. Wir gucken einfach und es muss auf jeden Fall zu 100% alles passen, ne? Also wir haben wirklich schon so eine Vorstellung. Wir wären in dem Haus eigentlich geblieben, bis wir eins kaufen würden, aber dann haben sich Zwilling auf den Weg gemacht und, ey, wegen euch, ne? Müssen wir umziehen? Wegen euch sind wir pleite? Na, Spaß. Nein, aber es hat wirklich, ne? Bei drei Kindern wäre das Haus ja doch easy gegangen, ne? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen uns eine Couch, wenn wir dann wissen, weil wir wissen, wir werden dann wahrscheinlich ein viel größeres Wohnzimmer haben und dann können wir die Couch so ein bisschen freistehen oder so haben, weißt du? Das finde ich geil. Warte mal. Alter, lauf rein in den Laden, Alter. Ja. Wir sind erst in der Heimschule zu Hause. Wieder zu Hause und wir haben uns gerade ein bisschen ausgerutzt. Die Zwillinge sind immer ab 17 Uhr richtig unruhig, deswegen hole ich die jetzt aus der Swinghaus. Was ist los? Unser Wohnzimmer ist zu klein, viel zu klein. Willst du den Nuckel haben? Le Vö ist richtig entspannt hier, oder was? Ein kleiner Puppeck. Alles frisch bei euch, oder was? Alles frisch bei euch. Guckt euch an, wie süß die sind. Hello again. Levi nimmt keinen Schnuller mehr und Nevo manchmal guckt sich gerade das Mobile an. Ich zeige euch einmal ganz schnell, was wir gekauft haben. Wir haben einmal, es gab es neu, so nachtlich für Mara geholt. Das ist so ein Kuscheltier. Dann gab es so zwei Püppchen für die Jungs. Wir haben die einfach gleich geholt. Wir haben auch überlegt, ob wir die hier besticken, dass wir da den Namen immer reinschreiben. Dann haben wir einmal solcher Strampler geholt. So ein gerippter Dings. Dann haben wir natürlich zweimal das hier auch. Einmal noch so einen Strampler geholt. Ich finde, diese Honsies ist richtig schön und man kann hier die Füße noch verstecken. Auch zweimal. Ui! Und einmal so ein Strampler. Und wir haben für den ganzen Spaß 170 Euro bezahlt. Also Zwillinge sind schon teuer, nicht? Aber ich finde die Sachen süß, vor allem das ist, glaube ich, mein Favorite. Der Mac hat da. Hey! Ich wollte ihm versuchen, den Schmerz zu geben, aber keine schon. Guck mal hier! Was ist das denn? Guck mal, Nevo guckt schon. Und er auch. Die Daten für das U-Heft. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Das ist jetzt der U4 gewesen, nicht? Alles prima. Keine Auffälligkeiten. 6,57 Kilo und 41,5. Dann der Levin. Auch alles super, aber hat halt diesen nicen Pro. Und das sind die Daten. Alles, wie es sein soll. Nur die sind ein bisschen kürzer. Was aber nicht schlimm ist, weil es sind ja Frühchen. Und die sind wunderschön. Lia ist wieder zu Hause. Lia, meine Freundin. Richtig lecker. Ich schicke aber... Blätterteig, ähm... Apfel, Zimt, äh... Muffins, Rollen gemacht. Richtig lecker. Ich schicke mit meinen Boys. Wir haben... gute Nachrichten. Wir sind wieder online, Freunde. Der YouTube-Kanal muss jetzt gerettet werden. Deswegen an dieser Stelle, wir sind zurück. Wir hatten immer so 50.000 bis 70.000 Aufrufe. Und dann hatten wir keine Monetarisierung mehr. Und dann kann man ja sehen, die Videos werden vorgeschlagen. Und dann wurden die auf einmal gar nicht mehr vorgeschlagen. Und jetzt hat das letzte hatte zum Beispiel nur 25.000 Aufrufe. Und deswegen, an dieser Stelle bitte, schreibt irgendeinen Kommentar. Es ist völlig egal was. Ähm, lasst einen Daumen nach oben da. Damit könnt ihr uns nicht unterstützen, weil dieses Video ist jetzt wichtig, dass das... Wir können ja so ein Gewinnspiel vielleicht machen. Ist auch bald Weihnachten. Ja, genau. Wir machen so ein kleines Gewinnspiel. Ihr müsst dafür einmal Abonnent sein, Liker lassen, Kommentare schreiben auf die nächsten drei Videos. Und dann verlosen wir was richtig cooles. Passen zu Weihnachten einfach als Unterstützung. Was Größeres. Und dann suchen wir uns drei Gewinne aus als kleines Weihnachtsgeschenk. Oder vielleicht sogar so Wünsche erfüllen. Genau. Weil das dann noch cooler ist. Dass wir euch vor Weihnachten eine Freude machen können. Genau. Das machen wir. Also seid jetzt auf jeden Fall dabei. Ich habe mich gerade so gefreut, weil Aurels YouTube ist so sein Baby und er pflegt den Kanal. Seit Jahren wirklich eigentlich jede Woche mindestens ein Video hochgeladen. Und das ist wirklich viel Arbeit nebenbei. Und wir haben uns wirklich so viel Mühe gegeben. Wir wollen euch natürlich auch ein bisschen jetzt real life mit den Zwillingen zeigen. Wir wollen jetzt auf jeden Fall auch noch eine Kamera ruhe, eine bessere. Geht jetzt Mara wecken. Was machst du? Ich mache einen Papa-Tochter- Nachmittagabend, weil sie wird lange wach sein. Und du? Und ich mache einen Mama-Söhne-Tag. Weil ich habe nur zwei Söhne. Und Lula, falls ihr euch fragt, wo sie ist, bei wie haben sie dieses Woche haben wir sie die Brunnen geschleppt? Nach dem Buktu. Ja, also ihr wisst Bescheid. Oh. Ich wollte noch irgendwas erzählen, habe ich nicht mehr zu wissen. Dem warst du ähnlich? Nein, gar nicht. Perfekt. Schau, warum hast du so ein blondes Kind auf die Welt gedallt? Ich weiß es nicht. Wo kommst du her? Weißt du selber nicht, ne? Willst du bei deinem Vater vloggen? Komm. Wir sind bei meinem Vater. Wir wollen heute ein bisschen was kochen. So ein Familiengericht, was wir immer früher gegessen haben. Käsespätzle. Selber gemacht. Was braucht man für das legendäre Käsespätzle-Rezept? Mara kocht hier nämlich fleißig mit. Heißt Wasser gekocht. Drei normal große Zwiebeln. Auf ne mittleren Stufe anbraten. Wenn man das ein bisschen mag und dann werden wir es nicht dünsten. Die waren aber so Mutantenroh, deswegen hab ich nur drei genommen. Dann brauchen wir vier Eier. 200 bis 250 Gramm Emmentaler. 400 Gramm Mehl. Und Wasser nach Augenmaß. Ich hab das einmal erst ganz alleine gemacht, glaube ich. Das ist immer mit meinem Vater zusammen früher. Er kann jetzt leider nicht mehr. Deswegen muss ich das jetzt machen. Mal gucken, wie das wird. Das Wasser kocht. Wir brauchen eine Form. Wo ist die Form? Von der Sonne. Kenn ich mich nur aus? Oh, so oldschool. Nee, hier ist der Krug mit. Mach aber vorsichtig. Wo ist der Krug? Wo ist der Krug, ey? Ah, wo ist der Krug? Da, jawohl. Dann machen wir das mit Eier rein. Hier ist jetzt ein bisschen Wasser drin. Für die vier Eier, Prise Salz. Da kommen jetzt 400 Gramm Mehl rein. Typ 550er Weizenmehl. Und die Glasen hier vor sich hin. Einfach first take, one take. Ja, perfekt. Moinsen. Wasser, was ich gerade reingemacht habe, das war, glaube ich, perfekt. So zäh, dass das so fäden zieht. Jetzt brauchen wir noch nämlich ein Utensil. Was war das hier? Ah, das ist so. Oh, ein Spargelkinder zu machen. Dann kommt der Teig an und dann über dem heißen Wasser macht man dann die Spätzle, die fallen dann da runter. Aber man macht schon die Spätzle, super. Fast ein bisschen wenig Salz. Ist gut. Jetzt machen wir nämlich die Spätzle. Oh, die Zwiebeln, die werden hier richtig gut. Fatt auslöstend dünsten. Jetzt in der Teig kommt das nämlich hier rein. Das ist jetzt hier mal hier eine Riesensauerei. Und jetzt nehmen wir das Brettchen, streiten wir es darüber und dann machen wir Spätzle. Wir machen Spätzle. Und ich sehe gerade, der Teig ist, glaube ich, ein bisschen zu flüssig geworden. Shit. Das ist hier ein kleines Live-Malheur, was uns hier passiert ist. Wir schauen uns jetzt ein bisschen. Oh, warte mal, wir machen jetzt rechts hier natürlich. Mal, Lechka, mal, Lechka, mal, Lechka, mal, Lechka, mal, Lechka. Let's go. Ja, so muss das aussehen. Sehr geil, sehr geil. Mal, Lechka, mal, Lechka, das werden Spätzle. Balsche Spätzle, ey, ist so geil. Aber jeder Food-Blogger ist zurück, ich sag's euch, wie siehst du, meine Freunde, ey. Wahrscheinlich dreht sich in die Bayern-Grabe herum, ja. Wenn alle oben sind, alle abgießen. Wow. A lot of Spätzle. A lot of Spätzle. Sag's euch. A lot of Spätzle. A lot of Spätzle. Aber a lot of Spätzle, Mann. Ah, look at this beautiful Spätzle. Wo ist denn der Schoni? Da ist der Schoni. Alles gut? Check. Check, 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 check. Bim, bim. Was ist mit den Zweibeln? Machen wir aus? Yes. Auch jetzt, Fitnessküche ist zurück ohne Fitness, weil wir haben Käse mit richtig viel Fett. Yeah. Dies bleibt für einen noch ein bisschen so da liegen. Und jetzt haben wir hier die Emetale mit 45% Fett. Dies ist eine super Sache. Eisluft, 120 Grad. Und jetzt brauchen wir die Schüssel, die große. Die haben wir frei immer genommen. Für die Gäste Spätzle ist die Schüssel gewesen, gell. Ja, fein, sauber, sauber, sauber. So, meine Heile, Lederhutzen. Jetzt wird geschichtet. Super. Sehr gut. Und so sieht das Schlachtel aus. Oh, welchen Klaus. Ich zieh mir gleich die Hose aus. Spaß. Jetzt haben wir hier die erste Schicht. Und jetzt kommt hier halt einfach so ein bisschen Käse drüber. Jetzt kommt hier einfach sozusagen die nächste Sticht an Spätzle. Für Mara habe ich hier was ohne. Falls ich es nicht mag, dann wird immer so weiter geschichtet, bis das voll ist. Das ist jetzt geschichtet. Mara, hier. Schmeckt das? Und jetzt kommt da die Zwiebel drauf. Und dann kommt das in den Ofen. Dann machen wir noch ein bisschen Butter im Topf haben und gießen das nochmal drüber. Job Güzel. Achtung. Äh, ich mein, ihr Job Güzel. Ja. Servus Güzel. Super Güzel. Super Güzel. So, so schaut es jetzt aus. Mit den super glasigen Zwiebeln. Das ist so süße, so gute. Und rein in den Ofen. So geile. Mit den Zwiebeln. Servus, Alter. Servus, ja. Servus. Es wird so lecker. So lecker. Das schönste am Kochen ist das Aufräumen. Ich mache es immer so fort und es ist super cool. Ich liebe es. Das liebe ich. Mehl. Mehl. Tschüss. Butter warm machen. Wir haben jetzt hier die feinsten Rösserungen. Ja, wir nehmen hier die Pfanne mit den Zwiebeln und saugen den Geschmack nochmal in die Butter. Und auf die Käsespitzel auf. So, so gut. Das ist unglaublich. Ich mache es einfach fertig, bevor wir anfangen. Spätzle approved. Also sie ist auf jeden Fall meine Tochter. Mehl wegzumassen ist einfach der Tod. Einfach mega den abtüren jetzt. Schmeckt das? Ja. Es ist fertig. Oh, ist das geil. Das ist einfach eine Nookflasche, als ich ein kleines Kind war. Und die war hier noch. Und die ist noch tibitoh in Ordnung. Und dann kannst du dir jetzt was draus trinken. Das hat mir Mama so beigebracht, dass die Zwiebeln nur in die Mitte kommen. Ich habe einen Fehler gemacht. Die Zwiebeln kommen eigentlich nur in die Mitte. Egal. Ich mache jetzt mal hier was drauf und dann seht ihr mal, wie es von innen aussieht. Jetzt ist auch gleich der Akku leer. Oh. Herrlich, ey. Jawoll.